Oh mein Gott Freunde, im heutigen Video werden wir den gesamten Black Friday Shop komplett leer kaufen. Alter, dann kriegen wir doch dieses Legenden Skin Set ja dazu, stimmt. Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video und Freunde, oh mein Gott Alter, heute gibt es auf jeden Fall mal wieder ein richtig krasses Video. Sowas habe ich nämlich schon extrem lange nicht mehr gemacht und zwar werden wir heute den gesamten Black Friday Shop leer kaufen, Leute. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es noch Black Friday, ja sollten so ziemlich die meisten von euch kennen, bei Black Friday gibt es überall richtig kranke Angebote. Und auch in Brawl Stars in der Cyber Woche sehen wir hier schon geisteskranke Angebote, 14 mal mega, 25 Euro und so weiter. Dann einfach mal 4 legendäre Brawler im Shop geisteskrank. Wir werden auch jedes Jam Angebot sozusagen einmal kaufen, alles auf jeden Fall. Weil wir werden den kompletten Shop leer machen. Sind ultra krass, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like da und schreibt mal rein, was habt ihr euch gekauft aus dem Shop, wenn ihr euch was gekauft habt. Wir haben sogar noch das MrBeast Geschenk auf jeden Fall drin. Sehr, sehr krass. Leute, ich würde sagen, natürlich gebt unbedingt Creator Code Lukas ein. Ist kostenloser Support. Ihr supportet mich damit extrem. Würde mich mega, mega freuen, Leute. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal los mit den Jams. Bevor es losgeht, Leute, vergesst nicht, heute um 14 Uhr auf dermerch.de kommt der neue Dernita Weihnachtsmerch raus. Ultra krass. Das perfekte Weihnachtsgeschenk natürlich auch. Könnt ihr euch sehr gerne wünschen oder auch holen. Und zwar, ja, einmal Holi oder T-Shirt Paket. Ihr wisst es. Handsegnierte Autogrammkarte. Und der ultra krasse Dernita Rucksack, Alter. Mega, mega heftig mit dem Dermerch OG Logo. Ultra geile Sache, Leute. Gönnt euch das gerne. Ist aber limitiert auf 2000 Stück. Ihr müsst schnell sein, wenn ihr was bekommen wollt. Seid um 14 Uhr wirklich auf der Seite. So, Leute. Kauf war erfolgreich. Plus 2000. Und dann nochmal plus 950. Und nochmal plus 360. Plus 170. Plus 80. Und plus 30. Oh mein Gott. Und natürlich müssen wir auch, weil wir den Shop leer kaufen, auch die Münzeangebote jeweils einmal kaufen. Was sehr wehtut. Aber egal. Und genau. Dann natürlich auch noch einmal Markenverdoppler sozusagen. Einmal eine Big Box, Leute. Oh, vier verbleibende. Okay, da war nichts drin. Und eine Megabox. Nein! Noll! Okay, krass. Direkt einfach mal instant 9, Digga. WTF. Okay, einmal ein Gadget. Und... Oh, lol! Edgar! Okay, krass, Leute. Alter, mal instant einfach mal 9 verbleibende. Natürlich ist das nicht so krass wie damals. Aber auf jeden Fall trotzdem not bad. Vielleicht schaffen wir sogar heute 10 verbleibende. Zu den Skins kommen wir dann natürlich auch noch gleich. Ja, gegen Ende. Aber erst. Die Gratis-Box öffnen wir nämlich hier nochmal. Drei verbleibende. Das ist eine Gratis-Brawlbox. Okay. Dann müssen wir hier nochmal alles auf jeden Fall kaufen, Leute. Zack. Die ganzen Power-Punkte. Ja. Komm her. Komm her. Komm her. Ja, und was wir übrigens jetzt machen, ist folgendes. So, die haben wir auch gekauft. Dann natürlich das Geschenk von MrBeast. Sieht so satisfying aus, das Angebot. Sehr, sehr geil. Richtig geiles Video gewesen von MrBeast. So, was wir jetzt aber machen, ist folgendes. Wir werden erst noch nicht die legendären kaufen, sondern erstmal diese beiden Angebote. Weil es kann ja sein, dass wir da auch einen legendären draus ziehen. Wir fangen mal an mit dem kleineren. Also mit dem 9,99 Euro. Let's go. Also, Freunde, Bestätigung. Kaufen. Und... Let's go. Kauf war erfolgreich. Weiß, 100 Gems, 3000 Münzen und die erste Mega-Box. Und wir haben 6 Verbleibende. Okay. Das ist natürlich nicht so viel. 7 Verbleibende. Wahrscheinlich dann auch nichts, ne? Dementsprechend, genau, wegen dem Gear-Token. 6 Verbleibende. Und 7 Verbleibende. Alles klar. Und 8 Verbleibende. Okay, wir haben was Neues. Und, okay, es war aber ein Gadget nur für Opieper. Naja, okay. Da war auf jeden Fall nicht ganz so viel drin, auf jeden Fall. Aber, Digga, da bin ich jetzt sehr gespannt auf das. 24,99 Euro Angebot. Geisteskrankes Angebot. Cyber-Woche Angebot. Let's go. Das kaufen wir mal. Okay, Leute. 260 Gems, auf jeden Fall einmal 7.000 Münzen, Jürgen. Und die erste von 14 Mega-Boxen. 7 Verbleibende. Let's go. Und wir haben wieder 7 Verbleibende. Ja, das bedeutet halt eigentlich, wir haben gar nichts, ne? Wieder 7. Ein Junge, Alter. 6 Verbleibende. Okay, das Gear-Token fehlt. 8 Verbleibende. Okay, wir haben was Neues. LOL! 2 Brawler. Okay, krass. Einmal Colette und Tara. Okay, lol. Das auf jeden Fall not bad. Kann man mal machen, Leute. Kann man mal machen. 8 Verbleibende. Wieder was. Okay. Und zwar nochmal ein Gadget für Penny. Alles klar. Und 7 Verbleibende als nächstes auf jeden Fall. 8 Verbleibende. Okay, wir haben wieder was Neues. Und zwar nochmal ein Gadget. Okay. Schade, hätte auch was Krasse noch sein können. 8 Verbleibende wieder. Und... Okay, wieder ein Gadget. Die Sandsäcke. Man kennt sie. 6 Verbleibende. Und... 6 Verbleibende. Junge! Aber echt, das ist so ein krankes Angebot. 14 Megavox in Folge, Junge. Wieder 8 Verbleibende. Und wieder ein Gadget. Mann, Digga! Als ob kein Legendär hier im Vorhinein gegönnt wird. Ey, das wäre nice gewesen. Das wäre nice gewesen. Auf jeden Fall nochmal ein Gadget für Rico. Ich glaube, das war es aber auch so ziemlich langsam. Ja. Oh mein Gott, Digga! Wie das aussieht, Mann! Ich muss nur nochmal ein Screenshot machen. Einfach hier die 4 legendären Nebeneinander, Leute. Ich frage mich, warum nur Sandy Euro kostet und alle anderen Gems. Das ergibt gar keinen Sinn. Wir fangen auf jeden Fall mal an, würde ich sagen, mit Sandy. Weil Sandy kostet Euro. Okay, Leute. Bestätigung. Kaufen. Und... Let's go! Kaufer! Erfolgreich! Oh mein Gott, Alter! Let's go! Richtig krass. Neuer Brawler. Sandy. Mega heftig. Und wir gönnen uns instant hinterher, würde ich sagen, einfach mal die Krähe. Let's go! Alter, das ist so satisfying, sich die so schnell hintereinander zu holen. Real Talk jetzt. Mega, mega krass, Leute. Dann nochmal natürlich den Kollegen Leon. Let's go! Boah, richtig nice, Mann. Auch Leon nochmal gegönnt. Und Alter, dann kriegen wir noch dieses Legenden-Skinset ja dazu. Stimmt. Ultra krass, Mann. Und nochmal Amber. Let's go! Alter, heftig. Mega, mega geil. Und jetzt haben wir noch das Legenden-Skinset einfach noch dazu bekommen, Leute. Let's go! Und da kommen natürlich jetzt auch nochmal alle... Alter, stimmt. Das kommt ja alles nochmal dazu, ne? Mega krass, Mann. Der Phönix Crow. Richtig geil. Legendärer Skin. Und dann nochmal Mecha Crow. Alter, let's go! Das sind so krasse Skins, ne? Das sind so krasse Skins. Jetzt Dino Leon auch mega nice, Alter. Der sieht so geil aus. Der kostet auch echt wenig, muss ich sagen. Dafür, wie cool der ist. Und dann nochmal Laternen-Sandy. Auch einer der krassesten Skins im ganzen Spiel, finde ich persönlich, Leute. Ultra krass, Mann. Laternen-Sandy. Und nochmal Amber de la Vega. Richtig heftig. Nice. Und jetzt... Okay, jetzt fehlt nur noch der Robo-Spike. Aber Spike hab ich halt noch nicht. Perfekt. Aber, ja, wir werden noch die übrigen Gems, ne? Wenn jetzt noch Gems übrig bleiben nach diesen Skins. Können wir uns das jetzt auch nochmal holen. Werden wir noch die Boxen öffnen. Den Rest auch ausgeben. Und vielleicht ziehen wir ja da nochmal, ja, aufentspannt nochmal, vielleicht einen Brawl-Up-Spike. Der Loco-Poco-Skin, auf jeden Fall sehr cooler Skin auch, muss ich sagen. Auch einer der witzigsten, finde ich, so aus dem Spielen. Sehr, sehr cool. Einfach mit dieser Iro-Käse, dieser Gitarre. Der geht auf jeden Fall gut ab, Leute. Und nochmal der gefühlt schlechteste Skin ausgespielt war Dieter Shelley. Ei, ei, ei. Aber, naja, den haben wir auf jeden Fall auch nochmal richtig geil. Das heißt, wir haben jetzt schon alles leer gekauft, außer 1335 Gems, die wir noch haben. Und das öffnen wir jetzt nochmal in Megaboxen, Leute, würde ich sagen. Sieben verbleibende. Okay. Vielleicht haben wir nochmal Glück. Es wäre richtig, richtig nice, muss ich sagen. Sieben verbleibende. Und acht verbleibende. Okay, nice, wir haben was Neues. Oh, Nani. Okay, lol. Fast, fast, fast. Aber auf jeden Fall trotzdem, da ist nochmal ein neuer Brawler. Sieben verbleibende. Und acht verbleibende. Let's go. Ah, okay. Gadget. Ja, okay. Kann man mal machen. Sieben verbleibende. Sieben verbleibende. Sieben verbleibende. Okay, wie viele? Wir haben noch ein paar Gems. Wir haben noch ein paar Gems. Okay, acht verbleibende. Und nochmal Lou. Okay, der Eisverkäufer ist auch nochmal am Start, Leute. Der Eisverkäufer ist auch nochmal am Start. Und wieder acht verbleibende. Let's go. Also, ich muss echt sagen, der Shop, der lohnt sich halt schon krass, ne? Der ist schon echt mega krass dieses Mal. Ich glaube, das letzte Mal, dass der so krass war, war an Weihnachten. Muss ich echt sagen. Also, wirklich, wirklich krass. Wie gesagt, oh, acht verbleibende. Und nochmal ein Gadget. Okay. Also, wenn ihr mich supporten wollt, wie gesagt, gebt gerne Creator Code Lukas ein. Schon bevor ihr euch Gems aufladet oder Angebote kauft. Das wäre auf jeden Fall mega Ehre, Leute. Und wieder sechs verbleibende. Okay, ich glaube, noch eine Megabox haben wir, oder? Na, noch eine Megabox haben wir. Zack. Schauen wir nochmal, wie viele Gems wir noch übrig haben. Okay, noch eine Bigbox ist noch drin. Okay, vier verbleibende. Und nochmal ein Gadget aus der Bigbox. Okay. Ja, würde ich sagen, war auf jeden Fall mega geil, Leute. Wir haben alles näher gekauft, was es ging auf jeden Fall im Shop. Ja, ich würde sagen, Leute, lasst unbedingt nochmal ein Like da. Wir sehen uns und damit. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.